Wendig und klein sind sie, schnell zur Hand und ohne lästiges Kabel. Akkusauger versprechen Komfort. Doch nicht alle Geräte können dies bieten. Die Stiftung Barentest hat 10 Sauger getestet. In unserem aktuellen Test sind zwei Akkusauger durchaus mit Einschränkungen empfehlenswert. Das sind zwei Geräte, die durchaus schon so gut aussaugen wie gute kabelgebundene Bodenstaubsauger. Trotzdem können andere Geräte da nicht mithalten. Die beiden Testsieger sind die Akkusauger von Bosch und von Dyson. Ihr Gesamturteil ist befriedigend. Testverlierer sind die Sauger von Black & Decker und von Hoover. Sie schnitten nur mangelhaft ab. Die beiden Testsieger erreichen fast die gleiche Qualität wie die Topgeräte der Bodenstaubsauger. Auf Hartboden saugen sie doppelt so gut wie das Schlusslicht des Tests. Auch mit Teppichböden kommen der Dyson und der Bosch gut zurecht. Wer sich die Wohnung mit Katze oder Hund teilt, für den sind Akkusauger eine gute Option. Ein weiterer Vorteil von guten Akkustaubsaugern sind, dass sie teilweise Tierhaare besser vom Boden wegbekommen als Bodenstaubsauger. Das liegt daran, dass sie mit einer Elektrodüse samt rotierender Bürste arbeiten. Ein Nachteil der Akkusauger, die Staubboxen zu leeren, ist recht umständlich und wirbelt viel Staub auf. Das beutellose System ist besonders für Allergiker nervend. Größtes Manko aller Akkugeräte ist die geringe Laufzeit. Der Bosch Pro Power ist bei voller Leistung schon nach 15 Minuten kraftlos. Wir haben Geräte, die nach 8 bis 15 Minuten unter Vollleistung schlapp machen. Allerdings muss man auch da sagen, je niedriger die Leistungseinstellung, umso länger hält der Akku des Akkusaugers auch durch. Der Akku von Bosch braucht mehr als 6 Stunden zum Laden. Der Dyson ist schneller, er benötigt knapp 2,5 Stunden. Zweite große Schwachstelle der Akkusauger ist die Lautstärke. Das Gerät von Bosch ist bei höchster Leistung fast so laut wie ein Standmixer. Akkustaubsauger sind definitiv lauter als Bodenstaubsauger. Unser aktueller Testsieger beispielsweise ist empfunden viermal so laut wie ein Bodenstaubsauger. Der Testsieger hat in 15 Minuten rund 60 Quadratmeter geschafft. Ob sich der Kauf lohnt, ist schwer zu sagen. Akkustaubsauger eignen sich eher für kleine Wohnungen oder für den kleinen Putz zwischendurch. Alle anderen sollten zum Bodenstaubsauger greifen.